Guck doch in den Player Interface rein. Du Vogel. Dass ich nur ein Buch hab. Error bla bla bla. Tschüss. Fluffycorn ist hier. Fluffycorn ist hier. Wo hast du dich runtergebuddelt? An der Seite einfach mal. Geht hier mal noch viel weiter runter. Ah, ich weiß. Soll ich den ME-Core wieder auseinander nehmen? Ja, mach mal. Okay. Hilfe. Aha. Buch, wo Health steht. Was denn? Dein Ernst? Was mein Ernst? Du Bulls, ich flieg auf den Korn, da ist ne Kiste und die ist leer. Ja. Steiben und ein Buch mit Health drauf. Geht's hier noch weiter runter? Ne, da unten ist nur Ding. Was haben wir denn hier? Nichts gar nichts, aha. Okay. Oh, hier gibt's Treppen da oben. Ja, aber ja. Aua. Aua. Boy. Boy. Tchk, 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 tchk. Du dachtst du, du kilst sie? Nö. Ich dachte du, du kilst sie? Dacht du, du kilst sie? Die ich komm jetzt immer raus. kaputt die dinger jetzt habt ihr mit dem hammer gehauen und die brennen ja das ist der hammer der place drauf ja toll ich habe keine spitzhacke mit ich hab heute nur den hammer dabei ja ich kann ihn mit dem hammer kann ich da kommst du nicht lang ist das denn hier sind immer mittelräume noch drin hast du hast das schon ich glaube ich auch nicht botte map und vielleicht gerade im make-up da muss die wolle sein die tag und danach kommt das die tag freust du dich schon auf siebtag er kommt danach ja danach war nur gesagt ja du mich auch wenn ich merkwürdig merkwürdig ja da ist sie dahin wo zwischen irgendwo versteckt ja ouch ich hab spinne wie themlich das skelett fickt dich dazwischen bestimmt vielleicht hier zwischen band noch irgendwo du hessige dreck spinne hat sie mich da wieder runtergekickt ja der so verdient hat oh mein gott hässige spinne hat sie dich auch runtergekickt ja klar weil da oben so viele spinnen sind du hast das eh verdient hallo du verdienst das immer wiggle 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 der ist eigentlich auch nach der gruppe echt gut macht doch ganz weit überlebt jetzt ja auch durch durch der switch spawner hier wie das war nicht das war neben dem mit mit ich nicht das war neben dem mit mit ich bin es ja komme die kaputt die kaputt na geht doch der wünscht ist kaputt dann kann ich ja beruhigt hochkommen ja mach mal ich kann wieder nix ich bin im adventure mode deswegen kann ich nix abbauen ich habe leben ich habe hunger ich kann aber nicht aufbau mit der hand freiheit bin ich ganz oben wieder sag nicht dass es in den ähm sag schon in dem wo die scheiß fiche raussporen ganze zeit drin bestimmt in dem stein ja bestimmt irgendwo versteckt wahrscheinlich auch noch schön lecker versteckt ist auch immer lecker hallo muss ja spaß machen boah das der ganze stein besteht da draus jetzt wurde ich schon wieder runter gekickt könnt mich mal ich geh nach ganz oben wenn ich mal den block finden würde ja dann würde ich sagen immer wieder unten ne du dann geh mal runter clinch die Herrlich. Das kann nur in der leckeren Ebene sein. Ja. Das sieht doch schon aus. Hä? Bist du ja schon in der leckeren Ebene. Nein, ich bin eben noch hier. Bei uns. Wo ich doch runtergekickt wurde. Da ist man hochgegangen von dem. Ich muss jetzt mal gucken, wie das denn besser zu kaputt machen geht. Muss halt da drin sein, ne? Das geht alles so schwer. Das heißt, man darf die Welt nicht kaputt machen. Was machen wir? Komplett ist kaputt. Nö, dieses Mal hat es nicht geschrieben. Dieses Mal hat mir nicht nichts geschrieben dazu. Ich wundern, dass geil unten ganz viele Silberfische ist. Ich klatsche hier gerade weg. Ich kenne die Kekse. Ich kenne die Marschlecken. Ich kenne die Marschlecken. Ich kenne die Marschlecke. gehen ich glaube das gibt immer tiefer gehört ne doch nicht das schwed hat sich wieder geupgradet das geschehen hier unten kleine wuselst du endlich die kommen immer aus den steinen wieder raus immer wieder neu das wird spaßig auseinander pflücken kommen wir gerade hinter hell gerannt mir hier oben bei mir das ist aber für schlecht komme auf die idee von solch die scheiß fiche einzubauen mein kopf standardmäßig wo ja im beck wieder weg getan ja selber fische weg ich doch mal weiter raus da ey die drecksfiche boah und immer wieder massenweise dann wieder so krank wusel 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 aus eigenem grund bin ich eben auch gut durch die wand gekommen ich weiß nicht warum ich weiß nicht warum ich weiß nicht ich weiß nicht es gibt auch steine die nicht dadurch kaputt gehen oder so keine ahne und du meinst es soll hier drin sein ja vermute ich mal wo soll es denn sonst sein hm warte aber ich schau mal ein buch rein äh what the map would be like if get on make ok ok jetzt auch die weg overworld the deep dark i want to need to stay long papapapam hm er muss da drin sein also muss hier drin sein hmhm weil es immer ja war pro welt eine wolle oder das item und neue diskette so wir bekommen beim nächsten mal das deep dark portal das deep dark portal steht eigentlich draußen in der oberworld aber wir müssen ja dann da hinkommen noch irgendwie ja wir kommen von hier aus dann hin das heißt es muss hier drin sein ich buddel jetzt einfach so lange weiter wir haben gleich schon wieder 3 stunden ja ja gut du hast es cut gemacht ne ne du hast ja cut gemacht ne du ja auch zwischendurch ja bei 4 stunden 15 minuten warte wie lange wie viele wuseln da jetzt unten rum stellen die mittlerweile da unten oh scheiße ach ja ja oh mein die schuhe sind kaputt gegangen cool ich freue mich wenn man nach oben gehen kann hm wenn man nach oben gehen kann hm die 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 nein ihr seid so kleine hurenviecher warte viele wuseln sind denn hier woseln 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 das muss ja echt große ebene sein kannst du dich denn von oben reingraben oder hast du knicken wie in den ganzen monstern der muss aber auch funktionieren kannst du trotzdem vergessen hi